Einigkeit macht stark, das ist das Motto der diesjährigen Wahlen. Jeder weiß, dass wir in einer tiefen politischen Krise derzeit sind, die auch dazu geführt haben, dass wir Neuwahlen haben. Und ich möchte alle bitten, zu den Wahlen zu gehen, sich zu äußern, eine positive Wahl zu machen und nicht den Extremisten die Vorhut zu lassen, sodass wir auch weiterhin gemeinsam zusammenleben können, friedlich zusammenleben können. Denn ich denke und ich bin der festen Überzeugung, dass Belgien auch weiterhin eine Zukunft hat. Und ich bitte euch, uns unsere Unterstützung zu gewährleisten, sodass wir uns auch weiterhin für die Zukunft unseres wunderbaren Landes einsetzen können. Dankeschön.